Ich darf hin, hier komme ich einfach in Raum tausend, was wir damals von 1 bis 1.000 laufen. Das wird ewig dauern. Ich mach das jetzt einfach. Zack. Denkt ihr, sie wär tot? Aber nein. Es gibt... Dann bin ich hier. Und hier kann ich mir einen tollen Namen kommen. Und du fragst sie, wieso die direkt so leer hast. Hier. Und dann kann ich aufladen. Ich frag, das Geld liegt ja im Schatten. Das kann auch nur irgendwie die Parteien, die ich grad nicht brauche. Ich gucke die mir nicht wie kürze. Ich gucke die Menüge. Das war's. 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 Das war's.